hallo ihr lieben herzlich willkommen zu 400 tage the walking dead ja eigentlich eine parallelgeschichte geld zu der zum ersten teil den wir gespielt haben richtig und ja mal gucken was uns da erwartet genau der herr der neben mir spricht ist der minias und die dame die sein dbd aber das wisst ihr genau und ich lege los ich hab angst ich muss mal was reden weil die musik läuft ich eigentlich keine gedanken machen also normalerweise nicht Ich... EAT! Jules Pizza. EAT? Was ist EAT? EAT, ja, steht da oben. Du kannst schon was machen, ich kann nur nichts machen. Nein. Next rest of 45 miles. Ja, 400 Tage. Ole, ole. Oh. Tja. Da gibt's nichts mehr zu essen. Ne. Jetzt noch schnell tanken, bevor die Zombe-Apokalypse... Die Apokalypse? Apokalypse, Abo. Die Apokalypse. Ja, unsere Abonnenten wissen wir, was wir mit der Apokalypse meinen. Ja. Ja, das sind wohl die vermissten Personen. Würde ich jetzt mal vermuten. Genau, es ist es. Und was passiert jetzt? Ah, ich kann gucken. Ah, okay. Ah, ich hab gedacht, dass was passiert. Wir leben anscheinend Geburtstag von Shell. Tankstelle? Shell-Tankstelle? Bestimmt. Wenn sie noch lauter spielt, dann holt sie die Zombies. Takt 206. Takt 206. Sie verändert sich bereits. Oh. Yay. Wow, Ty. Ja, total toll. Ja, total toll. Du denkst, du denkst, wir können so etwas wie das, jede Woche? No. Okay. Das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir alle in den, wie ein kinder weekly Talent Show. Das war toll, Becker. Das war toll, Becker. We could all use a little more music in our lives. Wohooo. 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 Was ist das? Was ist das? Wohooo. Was ist das? Wie? Wie? Ich glaube, das ist irgendwie nicht rein. Wie? 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 Das ist Shell wahrscheinlich, weil das ist Becker. Wie? 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 Du bist keine Geschichten. quote, Framin, siitä color stops. Das wäre toll, als er und Stephanie einmal denuna ing�ommen wäre. Es könnte hier nur was da waren. Aber jetzt sollte man das TONIGHT sein. Es ist besser,ола nicht zu이고 an ihn zu arbeiten. equiptbar nicht zu sp mahlen? Ah. Ah, wird überbewertet. Hm, da. Hm. Hier noch irgendwas? Oder? Sind die da erst angekommen oder leben die da schon länger? Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die da schon länger, wenn die einen Gemüsegarten haben. Also, die sind da schon... Ja. Vielleicht haben wir die falsche Person für den anderen Haus. Nö, glaube ich nicht. Da wird man es ja nicht die Wahrheit lassen. Wow, was sagt der Zombie? Oh, du hast mich schraubt! Er ist haugt. Ich glaube, er weiß, es ist die Zeit, die zu spüren. Ja, wieso haben die denn da ein Zombie festgefunden? Drei. Das ist schrecklich. Ich kann dich nicht mit dir sagen. Du wißt du, deine Frau sagt, dass du das nicht interessiert. Roman, wir haben darüber gesprochen. Bekka nicht mit diesem Kind zu tun. Hör, ich weiß, dass du dir eine einfache Leben ist, was besser ist. Aber das ist wirklich nicht. Das ist weit von einer einfache Leben, Roman. Du wißt du, was ich meine. Sie müssen wissen, die Verpflichtungen wir haben, um zu leben in diesem Welt. Da haben die Augenzummi festgekettet. Diese halten hinter Zombies, das verstehe ich nicht. Das frage ich mich auch gerade. Keine Ahnung. Was ist denn noch das für ein Sinn? Reden. Vom Walker reden, kannst du ein bisschen anknurren. Verstehe ich nicht. Vielleicht bleiben andere Walker entfernen, wenn die da sind. Ein Hündchen. Keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Okay. Oma, die am Hund knabbert. Ja. Na, wie lecker. Kommt mal nicht weiter. Nope. Ja. Mensch, was wird da? Das ist da tolosig. Gnade, ja. Ja, das sagst du jedes Mal. Ja, hier gibt's nix. Nur wieder reingehen. Nur wieder reingehen. Ja, dann gehen wir wieder rein. Ja, interessant. Boah, Alter. Boah, da hätte ich jetzt eine eingeschwenktes Laufsack. Das ist gar nicht so verrückt. Du bist nicht so verrückt. Tonight. Ja. 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 Dann wird's jetzt spannend, hoff ich. Machen die denn da? Wollen die jemanden schießen? Jesus. Lärg ihn. Lärg ihn. Mein Gott. Lärg ihn. Lärg ihn. All I did was put on the blindfold and bind his wrists. Somebody else beat him up. He already had the cuts and bruises. Watchdogs caught him trying to steal supplies. Is he bitten? No. They didn't get that close. Who is he? I got no idea. I don't think he speaks English. I can't believe he just snuck in. It's the second break-in we've had in the last couple of weeks. Last time we couldn't catch him. And they got away with more medicine than we could afford to lose. Well, we all know what it's like trying to survive out there. He just came in here for food. Let's just give him some and send him on his way. But what if there are more of them? He could have been scalping. That's right. He could be part of a larger group. If there were more, I think we would have seen them by now. I mean, nobody travels alone by choice anymore, right? Boyd's right. We should just let him go. Why? Look at the poor bastard. We've all done the same thing trying to survive. We don't have to be responsible for him. But we can give him some food. And let him take his own chances. It's not about his chances, it's about ours. Well, what's to stop him from coming back? An arm next time. We could always use more hands, keeping the place secure. Boyd, we don't need any more people here. Then look at him. How is he gonna... He can't even speak English. This group works because we know how to communicate. This is crazy. Are you judging him based on rape? Of course not. But come on. Well, he's not staying here. You let him a stranger and everything starts breaking down. The last time we did that, we lost Bree. And then Vernon with that goddamn boat. Vernon and the boat are the reason the group fell apart. Not trusting strangers. He made his face of that guy with the mustache and spills both. We did that. I've regretted it ever since. That's when our group fell apart. He can't stay here. I agree. Keeping him here is not an option. In his condition, he'd be a drain on our resources. Look, we all know what we're talking about here. So let's stop dancing around it. We either let this guy go and take our chances. Or we kill him. No. Fuck you, Roman. Shell, come on. Roman's right. We need to protect ourselves first. We're letting him go. It's the only right thing to do. I'm telling you. We can't do that. But killing him? Is that really the answer? Stephanie, Boyd. You two don't think we should kill him. We know where Joyce and Clive stand on the subject. You're the swing vote here, Shell. What's it gonna be? He's too good. Bye. We have to set him free. We can't. He's not even armed. We can't just kill him. This isn't in self-defense. Isn't it though? If it means he can't come back to hurt us? That isn't the same thing. But last time. Joyce, that was a long time ago. If we kill this man, then we're giving up a part of ourselves that we can never get back. I'm not ready to let that go. What's that for problems? Is he just afraid? The guy? No. No, probably he's afraid if he doesn't understand. I'm not ready. Give him some food. Three or four cans. Just as a gesture of good faith. And get him out of here. I don't know if you can understand a word I'm saying, but you better understand this. You came this close to death today. And if you ever, ever come near this place again, or tell anybody where we are, you wish you had died today. Okay. Yeah, nice society. I hope that it was the right decision. That's right. But just to keep it up, that's not going to happen. Yeah. Do you have any fours? Nope. Do you have any sevens? Yep. I miss playing guitar for everyone. It was stupid, but fun. Why don't we do that anymore? Since the attack, there's a lot we don't do anymore. I shouldn't have let that guy go. Boyd would still be alive and everything would be the same. Boyd agreed it was the right thing to do. Anyway, Roman's obsessed with keeping this place secured now. You know that's impossible, right? Well, after last time. Roman hasn't taken any chances. Then I should fix the loose board behind the storage lots. Becca, are you sneaking out again? Lines. Did anyone see you leave? No, no one saw me. You've got to stop doing that. You're going to get us both in a lot of trouble. Okay. I don't see why it's such a big deal. We had another break-in just last month. Becca, you know what it means if someone were to see you and follow you back here. No one is following me. There's no one else out there. Michelle, I need to talk to you. Mm-hmm. It's open. What's going on? Hey, Becca. Hey. When you get a sec, I need you to come out and talk to me. It's important. Mm-hmm. Okay. I'll be outside. You'll see me. Aha. Was soll denn das? I'm draußen, du wirst mich finden. Hier können wir den drei. We can talk here. No. Just finish up here and come find me. And don't take too long. Aha. Was haben wir denn jetzt? Haben sie mich getötet? Probably nothing. Don't worry about it. He said it was important. Yeah, well. These days everything is important to Roman. Stay here. It'll be just a minute. I'll fill you in when I get back. Guckt jetzt in die Karten. Ja. Ja, ihr Lieben. Aber bevor wir wissen, was Roman möchte. Äh, bevor wir wissen. Bevor wir erfahren, was Roman möchte. Ähm, beenden wir diese Folge. Und wir sehen uns übermorgen wieder in alter Frische. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns zur nächsten Folge von The Walking Dead 400 Tage. Genau. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.